herzlich willkommen zu einem neuen shop video wirklich vielen dank für euren support im letzten video das hat wirklich eine menge rekorde hier auf dem kanal geknackt auch wenn es einfach wenn man einfach so ein video macht denkt man ja nicht vorher dass es so erfolgreich wird und dann freut es natürlich ein umso mehr wenn es so wird auf jeden fall vielen dank wenn es dir gefallen würde ich mich natürlich trotzdem immer noch über ein abo freuen außerdem lasst auch gerne einen like und eine bewertung auf video da und teilt auch gerne sieht mit euren freunden und wäre auch super nice und ich würde sagen leider könne glaube ich noch nicht ja wobei schauen geschenke gibt es glaube ich dann erst im prinzip wenn tag vorbei ist also jetzt wird im prinzip glaube ich in amerika oder so noch nicht den nächsten morgen deshalb können wir hier kein geschenk noch kein geschenk öffnen es wird wahrscheinlich irgendwann nachher erst freigeschaltet wahrscheinlich dann wo auch das event reinkam dann schauen wir uns jetzt aber mal den item shop an zum einen haben wir den oberknacker mit den drei neuen stilen blau gold und rosa dann haben wir die markierte mara dörren wieder im shop ist ein nicer skin mir gefallen die skins eigentlich relativ gut dass man da einfach so ein banner dann darauf zeigen kann wo es eigentlich echt ganz cool ist dann aber noch die muster soldaten im prinzip gleicher skin nur mit einem also gleiche funktion aber mit einem anderen unter skin dann noch mal in der variante die variante dann noch vier männlicher dann haben wir dazu natürlich noch in dem banner umhang wo man auch das banner und alles wieder einzeln machen kann dann die wappenhacke der banner gleiter alles mit dem selben mit derselben funktion dass man das schild dann auch dann haben heute neu der banner tragen im mode hier kann man im prinzip das banner einfach an erfahren also rumschwenken dann fixierung dann heute neue winter coolness relativ ruhig die musik aber jetzt nichts allzu spezielles dann haben wir noch den nara skin und verteidigerin mit dem weihnachtsstil hier auch noch und dann als letztes den rage kriti mode das war es dann mit dem shop video ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten video